Das Bildungszentrum Parkschule in Kressbronn. Insgesamt 28 Realschüler beteiligen sich hier in zwei Gruppen am Liebherrace. Die Renngefährte sind inzwischen fertig gebaut, jetzt geht es an die Verkleidungen, das Design und wie in diesem Fall die Elektronik. Denn beim Liebherrace kommt es nicht nur auf die schnellste Zeit an. Prämiert werden unter anderem auch die Qualität der Arbeit und eben auch das Aussehen. Eine der Gruppen aus der Kressbronner Realschule will deshalb mit Licht und dem Einsatz von Elektronik möglichst viele Punkte sammeln. Abgesehen davon haben die Schüler vor allem eins, Spaß an der Arbeit und dem Lernen. So umfassende und weitreichende Projekte wie das Liebherrace sind eben etwas Besonderes und nicht alltäglich. Ja, also jeder konnte sowas selber hinzufügen, also was er selber wollte. Ja, war ganz gut, hat Spaß gemacht. Wir beide zum Beispiel, wir haben viel mit den Spoilern gemacht, mit den hinteren Spoilern. Es gibt ja zwei Spoiler. Man hatte halt ein gemeinsames Ziel und nicht jeder baut sein eigenes Werkstück. Das haben dann halt alle auch wirklich zusammengearbeitet. Die zweite Gruppe in Kressbronn wählt einen anderen Ansatz. Pappschablonen sollen dabei helfen, die Verkleidung aus Polyethylen möglichst präzise zu bauen. Wieder zurück bei der ersten Gruppe. Hier ist man schon einen Schritt weiter. Die Elektronik ist fast fertig und eingebaut und das Teamlogo prangt an seinem Platz. Darf ich vorstellen, das Renngefährt der Flottenkarotten. Das ist ein Schritt weiter.